Grenzen gibt es nur im Kopf und gleichzeitig, wenn wir die loslassen und raus aus dem Klostermauer noch uns ganz anderes erlauben, dann fängt es schon mit dem Frühstück an. Nüsse über Nacht eingeweicht und grünen Smoosie aus Gurke, Super Greens, Shake und natürlich Wasser. Zum Frühstück gibt es einmal reines Alol, diesmal fast leer, normalerweise nehme ich da die Hälfte und dann mische ich unterschiedlich, heute mal mit Peaches, also Pfirsich mit drin. Tja, Prost! Und einfach den Tag genießen, ob der Nachbarhund sich seine Streicheleinheiten abholt, oder ich mir überlege, was ist heute so dran, was möchte ich heute tun, mich vielleicht treffen in der Buddha-Lounge mit Freunden, Termine ausmachen, einfach Freiheit genießen. Abo da unten! Das hat mein Mann gekocht, schau mal, Bratkartoffeln, Spinat und leckeren Fisch mit Soße. Was möchtest du dir erlauben? Wie schaut deine Freiheit aus? Komm gerne in unsere Freedom & Love Community und lass uns Freiheit und Liebe leben! Son…. Vater… Vielen Dank.